Und mir ist da ein Begriff nicht aus dem Kopf gegangen, weil du gesagt hast, ich kann dieses ganze Bimmel-Bingo nicht mehr ertragen. Und das fand ich so sensationell, weil du gesagt hast, es müssen mehr Frauen. Das war doch, oder willst du nochmal kurz zusammenfassen, was passieren muss? Also Männer, es gibt eigentlich in allen Fernsehsendern sehr viele Männer. Und der eine will noch wichtiger tun, der andere. Und dann nennen wir das unter uns Frauen, erfahrene Frauen. Da ist wieder der Pimmel-Bingo im Gang. Aber das ist natürlich nicht immer gut für uns Frauen, weil wir möchten gerne auch mal ein bisschen weiterkommen. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist es Zeit, dass wir Frauen genau so gesehen werden in dieser Form. Mindest. Frauen sind auch die Lustiger. Absolut. Praise the boba.